Mein Drechsel-Ecken. Den benutze ich, wenn ich ehrlich bin, viel zu wenig. Es gibt aber eigentlich so ein paar Gründe, die ich ja selbst kenne, warum ich halt diese Maschine die letzte Zeit nicht mehr so oft benutze. Als erstes geht es nicht mal direkt um die Maschine selbst, sondern um die Werkzeuge. Und ich meine den Weg, wie man die Werkzeuge wieder scharf bekommt. Denn im Moment habe ich eigentlich gar keine richtige Maschine, mit der ich meine Drechsel-Eisen vernünftig scharf bekommen kann. Ich habe zwar so einen alten Doppelschleifer, aber das ist mehr schlecht als recht. Ein weiterer Grund ist das hier. Und darum geht es auch heute. Ihr seht, dass da relativ viel Werkzeug an der Wand hängt. Und das klingt ja auch zu Beginn erst mal relativ gut. Aber für diese Halterung ist das halt eben zu viel Werkzeug. Und weil es nicht zu viel Werkzeug, sondern nur den falschen Halter gibt, werden wir uns heute um diesen Halter hier kümmern. Wir werden uns nämlich heute einen neuen und einen besseren Werkzeughalter bauen. Hier hinten diesen Werkzeughalter werde ich aber trotzdem behalten, weil er halt eben vor meinem Opa ist. Ich denke, das ist auch der einfachste Grund, warum ich diesen Werkzeughalter nicht wegwerfe. Denn er ist halt eben vor meinem Opa und sowas wirft man nicht weg. Das erste Problem bei diesem Werkzeughalter ist erstmal, dass er zu klein ist. Ich habe einfach viel zu viele Drechsel-Werkzeuge, die dann irgendwie so bei ein paar Bohrer hängen, weil ich halt einfach keinen Platz mehr für sie habe. Es gibt aber noch einen weiteren Punkt, den ich beim nächsten Werkzeughalter halt eben optimieren möchte. Es geht einfach um die Drechselspäne, die halt eben logischerweise beim Drechseln entstehen. Diese Späne sammeln sich irgendwann hier hinter den Werkzeugen und da bekommt er sie halt eben nicht gut raus. Und dieses Problem werden wir beim nächsten Werkzeughalter halt eben auch lösen. Also zwei Probleme, zu wenig Platz und die Späne, die sich hinten sammeln. Das soll alles ein bisschen sauberer werden. Würde ich mal sagen, fangen wir einfach mal an. Und bevor es schön werden kann, muss es natürlich erstmal hässlich werden. Deswegen werden wir jetzt erstmal alles wegräumen. Das sind jetzt die ganzen Drechsel-Eisen, für die wir jetzt einen Halter bauen möchten. Und da sind auch noch so ein paar spezielle Drechsel-Eisen vom Vorbesitzer dabei. Wie zum Beispiel dieses Eisen hier. Oder dieses hier. Dieser Abstechmeißel hier ist auch noch interessant. Da muss ich mir was überlegen, wie ich den am besten in den Halter einlasse. Oder halt eben solche Drechsel-Eisen. Die mag ich wirklich sehr. Das hier ist auch noch ein interessantes Werkzeug. Das ist ein selbstgebauter Schlichtmeißel. Und das hier ist wieder das perfekte Beispiel, warum es einen wirklich weiterbringt, Werkzeug selbst zu bauen. Diesen Griff hier habe ich nämlich gebeizt. Und da habe ich einfach mit der Zeit gemerkt, dass diese Beize abgeht, wenn man das Werkzeug länger an der Hand hält. Ja, deswegen beize ich meine Griffe nicht mehr, ohne sie dann anschließend zu lackieren. Dieser Schlichtmeißel hier ist auch noch interessant. Der ist noch von meinem Uropa. Also der hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich habe mir jetzt die Bohrlöcher markiert. Und dieser Werkzeugkater wird hier aus dieser Multiplexplatte sein. Das muss noch ein bisschen auf Breite zugeschnitten werden. Aber später wird hier vorne eine Reihe mit Löchern sein und hinten eine Reihe mit Löchern. Der Abstand von den Bohrmittelpunkten wird immer drei Zentimeter sein. So habe ich dann auch immer genügend Platz zwischen den einzelnen Werkzeugen. Und hier hinten dran wird dann noch so eine Reihe mit Löchern sein. So kann ich einfach viel Werkzeug auf weniger Platz unterbringen. Und jetzt bauen wir uns zwei ganz einfache Winkel aus diesem Stück Multiplex. Damit wir das auch gleich direkt an die Wand hängen können. Also kann ich noch ein bisschen . So kann ich noch ein bisschen schlafen. So kann ich jetzt hier aus der Atmen. So können wir durch das Kabel draufnehmen. Ja, ihr seht, einige Tricksereisen hängen jetzt schon in dem Halter und die restlichen kann ich jetzt auch noch ganz einfach hier reinhängen. Das ist jetzt der fertige Halter für all meine Tricksereisen. Für mich ist das hier wirklich die ideale Lösung. Ich habe jetzt alle Tricksereisen an einem Platz und wenn ich ein Tricksereisen suche, dann muss es auf jeden Fall hier an dieser Wand hängen. Wenn ihr vielleicht auch relativ viele Tricksereisen habt, aber auch alle immer regelmäßig benutzt, dann ist das hier vielleicht nicht ganz so gut. Denn in der ersten Reihe kann man alle Tricksereisen wirklich super gut erkennen, nur in der zweiten Reihe muss man dann vielleicht mal ein klein wenig genauer schauen. Aber wie ich schon gesagt habe, das hier ist für mich wirklich die optimale Lösung. Ich habe ja schon so ungefähr beschrieben, dass wenn man in der zweiten Reihe die Tricksereisen öfters benutzen möchte, da vielleicht ein bisschen genauer hinschauen muss. Aber wenn ich wirklich eine Schale am Trickseren bin, dann mache ich das sowieso ein klein wenig anders, wie es wahrscheinlich viele andere Drechsler machen. Denn das ist noch so ein kleines Teil, was vom ehemaligen Besitzer von dieser Drechselbank her ist. Und das ist dieser Kasten hier. Sieht relativ unscheinbar aus, aber es macht wirklich super viel Spaß, damit dann wirklich an dieser Maschine zu arbeiten. Wenn ich normalerweise etwas an dieser Maschine drechsle, dann nehme ich mir nämlich immer das ganze Werkzeug raus, was ich benutzen werde und schärfe es nochmal komplett durch. Und jedes Werkzeug einzeln rauszuholen und zu schärfen, macht nicht so viel Spaß. Deswegen benutze ich diesen alten Kasten hier von dem ehemaligen Besitzer. Ihr könnt es ja mal selbst ausprobieren. So macht es wirklich super viel Spaß, wenn ihr das ganze Werkzeug rausholt, schärft es einmal komplett durch und fängt dann an zu drechseln. Da habt ihr einfach nicht das Schleifen zwischen dem Drechseln. Das fällt dann halt komplett weg. Jetzt haben wir das ganze Werkzeug ausgewählt, was wir vielleicht für den nächsten Arbeitsschritt brauchen. Und jetzt können wir das ganze einmal durchschärfen, können es dann benutzen. Und vor allen Dingen bei Schabern ist es halt eben super wichtig, dass die hier oben einen schönen Grat dran haben, dass sie auch schön schaben. Dann bekommt ihr da auch ein wirklich sehr schönes Ergebnis. Und wenn wir dann mit der Arbeit fertig sind, können wir die ganzen Werkzeuge wieder bequem an ihrem Platz hängen. Wenn ihr noch mehr solche Videos sehen möchtet, wie ich meinen Drechselplatz so ein bisschen aufräume, dann würde ich mich über ein kleines Feedback von euch sehr sehr freuen. Ihr könnt mir ja vielleicht mal schreiben, ob ihr die ganzen Drechselwerkzeuge, die ihr für eine Aufgabe braucht, immer erst komplett durchschärft. Oder ob ihr dann anfangt zu drechseln und holt dann ein Werkzeug, benutzt es und merkt dann einfach, ob es halt geschärft werden muss oder eben nicht. Würde mich auch mal interessieren, wie ihr das so handhabt. Ansonsten soll es das da mal für heute gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Montagabend. Tschüss.